Hallo, ich möchte mir gerne die Zukunft vorhersagen lassen. Gerne, setzen Sie sich, das macht 50 Euro. Ja. Danke. Sie werden im neuen Jahr viel Glück haben. Oh, und Sie werden viel Geld anhäufen. Sie werden eine sehr glückliche Beziehung führen. Außerdem werden Sie viele schöne Reisen machen. Aber, aber was? Entschuldigung, es gibt kein Aber. Ich konnte nur nicht richtig sehen, weil zu viel Nebel in meiner Glaskugel war. Gott sei Dank. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Der Trick funktioniert immer.